Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lager und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich zwei Erfolge angucken, die beide hier in Waldracken spielen und zwar in der Krippe Kleinschuppe. Da habe ich euch ja auch schon ein anderes Achievement gezeigt, das auch nochmal interessant wird, aber da gehen wir gleich drauf ein. Die zwei Erfolge, die wir uns anschauen wollen, ist einmal Krippenkarambolage und dafür müssen wir folgendes machen. Dann nehmt an allen Welpenrennen der Krippe Kleinschuppe teil. Das sind insgesamt fünf Rennen und wie das funktioniert, will ich euch gleich mal zeigen. Und dafür gibt es dann auch ein Spielzeug, Welpe an der Leine, das ist einmal das hier. Das gibt es dann einfach per Post, also das kriegt ihr nicht direkt ins Inventar, könnt ihr dann auch auf dem Postkasten holen. Und das andere Achievement, was wir uns anschauen wollen, ist Bitteschön Welpe und dafür müssen wir folgendes machen. Dann helft bei der Pflege von Welplingen in der Krippe Kleinschuppe, indem ihr folgende Quest absolviert. Warum machen wir die jetzt zusammen in einem Video? Naja, diese fünf Rennen sind jeweils Daily Quests, die ihr absolvieren müsst und diese Daily Quests sind auch in diesem Achievement mit dabei. Heißt, wenn ihr das fertig habt, habt ihr automatisch das andere auch fertig. Wo bekommt ihr jetzt diese Daily Quests her? Wir haben mit Patch 10.1.5 ein neues kleines Quest-System hier in der Krippe Kleinschuppe in Valdracken auf den Koordinaten 14.57. Hier können wir uns insgesamt fünf Welpen freischalten und diese Welpenfreischaltung ist wiederum in einem anderen Erfolg drin, auf dem wir schon eingegangen sind. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht und zwar, hey Welpenbetreuung, da müsst ihr fünf Welpen freischalten und die kriegt ihr dann auch als Pet Battle Tiere. Das dauert insgesamt 16 Tage, dass ihr alle freischaltet und die Daily Quests, ihr kriegt jeden Tag drei Daily Quests, hängen immer mit diesen Welpen zusammen. Heißt, um diese Daily Quests zu bekommen, müsst ihr halt diese fünf Welpen freischalten und die schaltet ihr frei, indem ihr einfach von den zwei Dudes hier die normalen Quests erledigt. Da kriegt ihr jeden Tag ein paar neue und nach 16 Tagen, wenn ihr die ganzen Quests gemacht habt, habt ihr alle Welpen freigeschalten. Währenddessen könnt ihr auch schon immer die Dailies absolvieren, hier für das Achievement, beziehungsweise dann für die Rennen. Ich kann euch so ein Rennen auch mal zeigen, eins habe ich hier ab. Quatschen mit dem, das können wir dann übrigens immer wieder abschließen, weil wir können unsere Zeit dann quasi verbessern. Und je nachdem, was ihr dann schon an Pets freigeschalten habt, kriegt ihr auch andere Rennen. Das kann dann teilweise bis zu 20 Tage dauern, dass ihr quasi mit allen einmal durch seid. Und jetzt müssen wir hier so ein Rennen fliegen. Kleine Randinformation, ihr kriegt hier andere Buttons, als bei den normalen Rennen. Seht ihr, das schleudert mich hoch, das war jetzt natürlich nicht so clever, das hier zu drücken. Jetzt habe ich das Portal so ein bisschen verfehlt, aber ihr kriegt den Punkt. Also wir müssen dann einfach hier quasi kleine Rennen abschließen. Ich habe das schon gemacht, dementsprechend werden wir das jetzt hier einmal abbrechen. Und ja, ist ein kleines, nettes Mini-Feature. Übrigens, es gibt aktuell noch keine Achievements, wie ich es gesehen habe, um irgendwelche guten Zeiten in den Rennen zu absolvieren. Ihr müsst einfach nur zu Ende fliegen, egal wie gut oder schlecht ihr quasi in dem Rennen an sich seid. Genau, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Heißt, wenn ihr beide Achievements absolvieren wollt, müsst ihr zum einen erstmal hier die Questreihe jeden Tag spielen. Nebenbei könnt ihr die Daily Quests mitnehmen. Und sobald ihr dann alle Daily Quests einmal gemacht habt, kriegt ihr das Achievement. Und dann habt ihr natürlich auch für das andere Achievement hier alle fünf Rennen einmal geflogen, für jeden Drachen quasi eins. Und das hier kann teilweise bis zu 20 Tage dauern, dass alle Rennen einmal am Start waren. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Wir können uns jetzt noch das Pad anschauen oder auch nicht, weil es ein bisschen rumspackt mit meinen Add-ons. Aber ich glaube, nee, das ist leider nicht drin. Schade. Sonst hätten wir uns das noch einmal... Aber wir können es uns in der Vorschau anschauen. Ja, sieht ganz cool aus. Das ist auch nochmal so ein Drachen, hier sogar mit Hörnern. Ist nicht mal im Mount Shardle drin, was darauf hinweist, dass das ein Hidden Pad ist. Aber gut, soweit dazu. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.